Bis jetzt noch kein Gegner wie Spawn. Also gut. 3-3-1. So 3-3-1. Da war es glaube ich wieder nochmal 3-1. Ja, also. Gut. Ach, da ist der Hebel. Okay, da muss noch irgendwas Böses kommen, oder? Au, was bist du zur Hölle? Okay. Warum zur Hölle bist du so stark? Okay, er zieht mich ran und macht Aua. Okay. Und er hat Seitwärtshiebe und Flächenschaden. Bitte, du bist ein Boss, oder? Ich muss dich nur einmal töten in meinem Leben. Magnet-Golem. Diese Golems wurden grundsätzlich nur für heavy lifting jobs around the tower. Somebody hat natürlich das für Krieg verwendet. Ich habe immer gefragt, was würde passieren, wenn diese Geister füllen. Ich dachte nicht, dass ich den schweren Weg herausfinden würde. Ja. Munition, was ist das? Integrity plus hier Combat. Commander-Rifle. Ich glaube, ich muss einfach mal die Kiste hier, um Zeug rauszuschmeißen. So, was wir nicht mehr brauchen. Die Kanone, die tue ich jetzt auch mal raus. Ich kann da nicht mehr reintun. Okay. Dich nehme ich mal mit. Das kann weg, das kann weg. Schade, da muss ich wirklich daneben noch. Ein Stack anfangen. Hm. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Die behalte ich mal. Muss ich mal ausprobieren. Aber was habe ich hier? Ja. 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 Glückwunsch, zwei Re-Made-Guardians haben sie mit ihren Häusern geschehen, bevor sie weggehen konnte. Wenn es in den Komponenten gekommen ist, haben die Guardians keine Chance, ihn zu neutralisieren, zu sehen, wie schnell und agile es war. Ich muss sagen, dass ich noch einen Fumium-Schlüssel übrig habe. Hier wäre noch was. Gucken wir, ich gehe nochmal zurück und gucke mir das an. Nehme bei der Gelegenheit das mit, weil ich glaube, da könnten wir den Fumium-Schlüssel gebrauchen. Hier rum. Und hier brauchen wir tatsächlich den Fumium-Key. Oh, pfu. Au. Zum Glück sind die A-Hologramme nicht ganz so stark. Ich hätte nichts sagen sollen, sie hat noch einen zweiten beschworen, das ist nicht so schön. Wie muss sie loswerden, oder ihn, oder es, oder was auch immer es ist. Okay, das ist jetzt nicht so schön. Stirb. Genau. Oh, Level Up. Okay, ich kann den auch nebenan ziehen. Ich wäre aber auch froh drüber, wenn du sterben würdest. Und mich aus der toten Ecke rauslässt. Also wer auch immer sich diese gemeinen Gegner hat ausgedacht. Hut ab. Du bist ein Sadist. Also ich meine die Taumaturge, die einfach mal andere Gegner beschwören können. Ich will sie Bock dazu haben. Vor allem mit der gleichen Stärke. Okay. So, Circuits. Ich denke mal, ich brauche immer noch mehr Damage. Also mal mehr Nahkampf-Damage. Vielleicht habe ich ja Glück und da drin finde ich einen Circuit-Point. In der Kiste. Was ist der? Nö. Nur zwei Taaten Manipulator. Das ist nicht schlecht. Und das da ist die beste Variante von dem Ding hier. Und Attack Fuse. Okay. Fumium, Fumium. Attack. Und das war es dann hier unten. So, das heißt, ich kann ins nächste Stockwerk gehen. Erstmal alles, was ich nicht brauche, hier abladen. Wie die beiden. Wie gesagt, bei dem Ding bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ob die zwölf Schaden mit allen Waffen nicht praktischer wären. So, nächste Etage. Klar, von der grünen Giftgülle jetzt in was Rotes. Das Spiel muss ich definitiv kaputt machen. Oh, es ist noch gar nichts rot. Fumium-Experiment. Okay. Was sagen die Statistiken? Hier sind zwei Secrets. Wir haben eh nur noch neun. Ach, du meine Güte. Ach, du meine Güte. Das war definitiv. Das war definitiv. Ich bin so wie meine kleinen Minions. Sie servieren mir gut. Und du? Du auch sehr schnell. Ja. 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 Okay, das kann ich noch vergessen. Hier muss ich wahrscheinlich erst irgendwas aktivieren. Und ja, ich gucke gerade wieder, ob hier irgendwo solche tollen Räder versteckt sind, weil da bin ich schon einmal drauf reingefallen. Aber bis jetzt sehe ich keine. Elevator Machine Room. Ah ja. Klar. Nein, ich gehe nach Hause. Tschüss. Ich kann leider nicht gehen. Munition. Ich habe Angst oh ernsthaft was besseres habt ihr jetzt oh ich hätte nix sagen sollen ernsthaft okay das ist nicht gut gut vor allem 8,7,9 hätten sie es doch nicht wenigstens in der richtigen reinfolge machen können der ballermann könnte etwas nerven vor allem weil ich nicht weiß was für eine reichweite der hat patch patch ach ich habe ihn totgemacht au ja solange ich geblitztdienst bin brauche ich stehen bleiben au ja ja so noch einer weg ich kann mal zum Glück leicht ausweichen oh du bist die einfache variante ja ja ihr seid wirklich die variante die nix drauf hat ich höre aber noch einen ja das ist ein baller au au das ist nicht so gut ach zum Glück ist er tot er hat aber nix getort schade das heißt ich kann jetzt erstmal ganz neugierig wie ich bin sterben warnung experimentelle testseiten hinter diesem punkt hohe äh verstrahlungs äh stufen put on the hazmat suit before stepping in also den hazmat anzug anziehen bevor man eintritt den hazmat den hazmat anbehalten hat zu allen zeiten zu allen zeiten eigene gefahr eintreten ok mhm feuer wieder ein rostschlüssel eine tür die so aufgehen würde noch eine tür die so aufgehen würde mhm mhm eine tür der ich nicht weiß ob ich ihr vertrauen soll mhm 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 k ah aau du machst guten coronavirus schaden mhm mhm taperia protect und ne nachricht von william bond oma jemand neues ist. Die heutige Ratsversammlung war seltsam. Wikes Frau Laura hat sich geweigert, die Ergebnisse ihrer Fumium-Forschungen mit den anderen Wissenschaftlern zu teilen. Und es war Chef Officer Wikes selber, der es von ihr angefordert hat. Frau oder nicht? Er sollte ihr nicht so leicht nachgeben. Er sollte ihr allgemein nicht nachgeben. Ich verstehe ihre Beziehung nicht mehr. Sie war eine Mittelklasse, also Midranking heißt so in der Zwischenstufe, in der Mittelstufe, ein Feldwissenschaftlerin. Ich beginne zu denken, dass Wike nicht wirklich das Sagen hier hat. Sieht eher so aus, als ob sie es hätte. Und es ist wirklich etwas seltsames an ihr. William Bond, Chief Administrator. Will ich da rein?